Eschleimann Und dann Eschleimann, ganz ganz sicher, keine Probleme. Die Chance sofort im Tor, die Scheibe allerdings nicht im Tor, Eschleimann dazwischen. Der schöne Querpass und dann hier Eschleimann dazwischen auf zwei Stellen. Kein Problem für Sandro Eschleimann. Nach dem statistisch besten Töten der Liga. Jetzt bin ich schon ein paar, drei Jahre hier in Davos. In dieser Zeit haben wir schon viele erlebt. Schöne, wie auch weniger schöne Momente. Für mich ist Davos mein neues Zuhause geworden. Für der HZD und meine Familie. Und für die Familie habe ich schon manchmal gering hergehalten. Das werde ich ja in Zukunft machen, weil ich bleibe noch klein. In der 32. Ja, ich weiß nicht. Nicht so, keine Familie ist. Na, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Der hat hier. Hast du das? Dann würde ich mich. Vielen Dank.